Unser heutiges Thema lautet Netzgemeinde contra Leitmedien. Wie steht es heute um die sogenannten Qualitätsmedien und wie gut oder schlecht ist all das, was stattdessen politische Blogbetreiber so ins Netz stellt? Gibt es viele Blogbetreiber, die noch etwas an ihrer Qualität arbeiten sollten oder kann die Netzgemeinde insgesamt eigentlich ganz zufrieden sein mit ihrer Arbeit? Jemand, der dies sehr genau beurteilen kann, ist unser heutiger Interviewpartner Christoph Hörstel. Er war 14 Jahre lang für die ARD tätig als Sonderkorrespondent, Nachrichtenmoderator und auch als leitender Redakteur und er betreibt ein eigenes Blog. Hörstel.ch mit OE bitte. Ja und darum hat er auch einen recht guten Überblick über die Blogger-Szene. Herr Hörstel, ich freue mich sehr, Sie heute Abend begrüßen zu dürfen. Guten Abend. Guten Abend, danke. Ich freue mich auch. Ein interessantes Thema. Ich hoffe, ich kann ein wenig dazu beitragen. Schön. Sie waren ja nun wirklich lange genug hinter den Kulissen tätig. Wie sieht das aus bei den Öffentlich-Rechtlichen? Was sind da so Ihre persönlichen Erfahrungen? Das ist eine breitgespannte Frage. Ich war auch eigentlich nie hinter den Kulissen tätig, sondern immer auch zu sehen, die Erfahrungen sind ja vielfältiger Natur. Das öffentlich-rechtliche System ist immer noch ein System, das ungeheuer leistungsfähig sein könnte, wenn man die Mitarbeiter nur liefe. Das aber findet auf gar keinen Fall statt. Öffentlich-rechtlich heißt ja, dass man eine sogenannte Informationspflicht hat. Und heute muss man das wohl etwas anders formulieren. Und ich würde fast überspitzt sagen, hier haben besonders in den höheren Etagen offenbar einige Personen das Gefühl, man habe eine Desinformationspflicht. Ich muss dazu sagen, dass ich immer noch ein Fan des Deutschlandfunkes bin, weil ich da relativ gesehen weniger Mundwitz höre, als ich zum Beispiel bei der Tagesschau sehe. Aber das sind alles graduelle Unterschiede. Tatsache ist, es gibt ja in Deutschland so eine Art, ich will mal sagen, in den Machtzirkeln etabliertes Meinungsbett, eine gewisse Handbreite dessen, wie so eine Liegekuhle deiner alten Matratze, eine Handbreite dessen, was da akzeptiert wird als öffentliche Ansicht. Wir haben ja auch, sagen wir mal, eine erhebliche Differenz, erhebliche Unterschiede zwischen öffentlich kundgetaner und tatsächlicher Ansicht bei den Akteuren. Das kommt mir eben einfach komisch vor, wenn ich in das Büro eines SPD-Abgeordneten gehe, im Bundestag, und ich stehe doch in der Tür. Da sagt der Herr Schulz schon zu mir, Herr Ersten, Sie haben mit allem Recht, was Sie beschreiben. Das ist natürlich eigentlich relativ furchtbar, weil ich denke, wir sind ja noch nicht im Stalinismus angekommen. Wir müssen nicht fürchten, dass wir in den Knastwandern für auch schwerverdauliche Ansichten, wie meine zum Beispiel, also warum zum Teufel halten die Menschen dann hinter Berg mit dem, und was Sie tatsächlich denken, sind wir eine Republik der Verlogenheit, weil er jedenfalls mit der öffentlich-rechtlichen Rundfunk spiegelt diese Merkwürdigkeiten wieder. Und da er Gremien kontrolliert ist und die Gremien besetzt sind durch alle wichtigen Pressure-Groups, sozusagen Gewerkschaften, Kirchen, Parteien und so weiter, ist das ein seltsames Geschäft, das sozusagen mit der täglichen Lüge gegenüber den Zwangskonsumenten ist. Das ist genau das Stichwort Lügen. Ist denn das richtig, dass dort wirklich auch Falschinformationen ganz bewusst gestreut werden, so wie damals Günter Wallraff das bei der Bild-Zeitung aufgedeckt hat, ist das inzwischen auch in anderen Medien vorgetrunken oder geht es mehr um das, was Sie uns verschweigen? Ja, es ist sicher ein vielfältiges Bild. Und wir haben es natürlich mit bewussten Lügen zu tun, nicht wie wir eine aus der neueren Zeit einfach bringen, die ein bisschen im Verborgenen geblieben ist, auch in unserer sogenannten Internet-Szene. Das ist die Tatsache, dass eben tatsächlich bei den syrischen Demonstranten gesaftete dabei sind, die auch durchaus Sicherheitskräfte erschießen, sodass eben die Gewaltsamkeit dieser Straßen-Auseinandersetzung nicht eine einseitige ist. Es ist nicht so, dass ein blutwürstiger Diktator auf seine Bevölkerung schießen lässt, die also friedlich angetreten ist, ihre Ansichten kundzutun. Das ist leider nicht der Fall in Syrien und das ist traurig. Wir haben auch andere Lügen, das kann man alles bei Tosodowski nachlesen, auf seiner schönen Website. Was es damit für ihn auf sich hat, das muss ich hier nicht ausführen, aber das ist eine der Lügen. Wir haben hier ein ganzes riesiges System von gewaltigen Lügen und auch viel Selbstbetrug, wenn wir an das Thema Terror denken, das uns ja schon vor 2001 recht geläufig war. Und ich will nur an Forschungen von Daniela Ganser erinnern zum Thema Gladio, die Geheimarmee in der NATO für den Fall einer sowjetischen Besetzung oder auch die verdienstvollen Arbeiten von Jürgen Gelsesser zum Thema, was tun eigentlich die europäischen Geheimdienste, wenn auf ihrem heimischen Grund und Boden kracht. Und da besonders die Untersuchungen zu Madrid und London, die wichtigen Terroranschläge, eben sämtlich enger Verhobenheit der Polizei und Geheimdienste, die Kräfte von Staten gegangen sind. Und letztlich auch meine eigenen Forschungen zum Thema internationaler Terror, angeblicher Terror von Muslimen, bei dem ich eben für meine Arbeit für die Bundeswehr den Begriff Terrormanagement ganz offiziell trägt und verwendet habe, und dort in meinem Unterricht für ausgewählte Führungskräfte der deutschen EISAFT-Truppe in den Jahren 2006 bis 2007. Das sind ernsthafte Vorfälle und das wird nicht gefragt. Wir können heute im öffentlichen, rechtlichen Rundfunk immer noch nicht sagen, dass die USA am 11. September 2001 höchstwert die maßgeblichen Handlungen haben vornehmen lassen. Das ist natürlich, wie soll man sagen, sehr traurig, wenn man die überwältigende Tatsachen anguckt. Und sollen die auch nur Highlights sein. Also das Lügen hat eigentlich in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkhäusern eine sehr lange Geschichte gelogen wird, solange es diese öffentlich-rechtlichen Häuser gibt, auch bei der BBC. Aber ich habe schon den Eindruck, dass es in den letzten 20, 30 Jahren wirklich absurd geworden ist. Also so, dass sich eben wirklich mit Recht eine Masse abglitt und sagt, wir lassen uns nicht vorkommen, wir sind nur verkauft. Wie wichtig ist die Meinungsmache denn, um ein Volk in eine bestimmte Richtung zu führen, um die Herrschaft weiterhin zu behalten? Also meine erste Fremdsprache war Latein. Und wer sich ein wenig mit dem alten Rom befasst hat, so darf es dann in der Geschichte, die sich umgetan hat, weiß, dass das Lügen und das Meinungsmachen so alt ist wie die Menschheit und die Regierungsfähigkeit von Menschen. Das gehört einfach immer dazu. Wenn jetzt also sich Medien als eine neue Macht im Staat etablieren, was einfach in den letzten 150 Jahren immer kräftiger geworden ist, natürlich mit Einsatz der Elektronik, alle Bestimmungen zurück, mit Einsatz von Bildern, besonders machtvoll und gefährlich, dann muss man eben klar sagen, dass Regieren ohne Medien heute gar nicht mehr geht. Und dass derjenige, der also die Lufthoheit in mächtigen Medien hat, der hat auch Regierungsmacht. Das gehört immerzu zusammen. Und wenn Regierungsmacht immer verlogener wird, so wie das in unseren westlichen oder NATO-Ländern, der Fall ist immer stärker, dann gehört ein gesteigertes Maß an paralleler Verlogenheit der Medien einfach zwingend dazu, dass es gar nicht mehr voreinander zu trennen. Und wie stimmt das, dass Regierungsinsiders, die Herr Obama beraten oder so, als sein berühmter Markkamp-Manager David Kloff oder so, da sind Leute, die ganz klar sagen, es ist gar nicht entscheidend, was passiert. Es ist entscheidend, was die Medien melden. Und davon müssen wir einfach ausgehen. Die Meldung ist inzwischen heutzutage viel wichtiger geworden als die Fakten am Boden. Und solange wir in einem durchpervertierten System leben, ist einfach für alle, die darum wissen und die Verantwortung spüren und die ehrlich mit Leben und Denken umgehen wollen, für die ist es sehr wichtig, dass sie sich nicht mehr einrollen lassen, dass sie sich nicht mehr informieren. Sind Sie dann gewissermaßen aus den öffentlich-rechtlichen Medien ausgetreten, weil Sie das mit Ihrem Gewissen nicht mehr vereinbaren konnten? Richtig. Das war, dass die entscheidende Bewegung der Anlass war, eine Sendung über Palästina, bei der ich nach dem Wettbewerb eine Woche lang fahrlose Menschen jüdischen Glaubens gehört hatte, nicht einmal drei Minuten einen Palästinenser einvernehmen durfte, der nicht mal ein Radikaler war, sondern einfach ein alter Bauer. Und das fand ich derartigend peinlich und angemessen. Das war für mich so ein Höhepunkt. 1998 und da habe ich dann beschlossen, das soll es jetzt gewesen sein. Ich werde mich mit Macht wegbewerben sozusagen und mich auf dem Markt umschauen, was ich sonst tun kann. Das war, glaube ich, auch sehr richtig. In 1999 schaffte ich den Abwürdig. Und 2001 wäre ich ja in keiner Redaktionssitzung mehr kompatibel gewesen. Ich hätte die Kollegen in Kursus Boden diskutiert und wäre irgendwann gefeiert worden. Ja, wie sollen wir denn jetzt mit den Qualitätsmedien umgehen? Dürfen wir jedem nichts mehr glauben? Können wir uns nur noch aus Web 2.0 versorgen? Oder gibt es nicht auch noch zum Beispiel die Frankfurter Rundschau, die Taz? Es gibt doch auch noch Qualitätsmedien, die ein gewisses Niveau und auch ein gewisses Wahrheitsniveau haben. Oder kann man inzwischen alles, was am Kiosk wohl frei geboten wird, in die Tonne treten, um es mal so ganz drastisch zu formulieren? Nein, das würde ich nicht machen. Sondern ich kann Ihnen nicht allgemeingültiges sagen. Ich kann Ihnen sagen, wie ich arbeite, möglicherweise ist es fehlerhaft. Vielleicht sagt auch jemand ganz schön blöd, das weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, ich benutze täglich die Süddeutsche Zeitung als eine Hardterminkalender. Da informiere ich mich intensiv. Wie lebe ich regelrecht von A bis Z. Was tatsächlich alles so passiert. Dazu lese ich einigermaßen viel New York Times und begänzende Washington aus. Einzelne andere. Das ist sehr wichtig, weil wir weg müssen natürlich vom kandidaten Euro-Zentrismus, dafür also nur unseren deutschen und europäischen Bauchnabel angucken. Das geht mit der New York Times. Brauchbar. Ja, brauchbar. Schön wäre natürlich, wenn wir da noch pakistanische Zeitungen und sowas reingucken. Ich lese gerne die Asia Times oder da BPS-Kobar und andere schreiben. Das ist ein weltweit anerkannter Mann, der in beiden Szenen, also im Printmedium, wie auch im Internet, aktiv ist und in einem ganz guten Bescheid weiß, auch wenn ich seinen Stil nicht immer brillant finde. Es gibt Glaubwürdigkeit natürlich heutzutage. Aber es ist klar, die mächtigen Medien bei uns, dass wir für Deutsch-Muttersprachler erreichbar sind, sind nicht vertrauenswürdig. Die junge Welt zum Beispiel, die würde ich nun als vertrauenswürdig bezeichnen. Bei der Frankfurter Rundschau mache ich schon starke Abstriche, auch bei der Taz Abstriche zu machen. Ich habe mit beiden Zeitungen persönlich negative Erfahrungen gemacht. Die Taz ist ja mit Staatsgeld her. Aber das ist mit Sicherheit keine Zeitung, bei der ganz neue Dinge gefördert werden. Also die junge Welt finde ich da wesentlich besser. Da kann man viel Vertrauen haben. Das ist ein wichtiger Punkt. Tatsächlich, wenn man Papier in der Hand hat, ansonsten würde ich immer auf eine Website gehen, die ihre Quellen nennen. Also Hintergrund.de, neue rheinische Zeitungen oder das. Das ist ganz gut die Nachdenkzeit. Die bringen viel Brauchers. Es gibt überall viel Gutes. Aber wirklich, glauben würde ich nur, wenn auch die Quellen gut sind. Ich meine, Quellen für etwas zu nennen, heißt, wenn ich das etwas glaubwürdiger wird, etwas ist eben auch so glaubwürdig wie deine Quelle. Und da stellt man auch fest, dass eben viele Menschen, die nicht zufrieden sind mit dem, was sie im heimischen Kälteblatt lesen sozusagen und die sich selbst um Informationen bemühen und auch gerne schreiben, dass da eben auch vieles ganz gut gewollt wird. Aber da fehlt eben vielfach auch journalistische Erfahrung. Und bei vielen, bei denen journalistische Erfahrung vorhanden ist, fehlt auch politische Erfahrung. Also ich stelle zum Beispiel eine Sehnsucht vieler Menschen fest, Dinge eins zu eins zu erklären. Also irgendwas passiert, oder sucht man eine Ursache. Das ist grundsätzlich eher eine falsche Herangehensweise. Man muss immer alle Ursachen suchen, möglichst viele, mehrere. Man muss in Wirtsweisen denken, nicht in einzelnen Tatsachen. Also man muss sich überlegen, welche Auswirkungen hat eine bestimmte Aktion oder was bestimmtes, was vorfällt. Und das muss man in viele Richtungen denken, nicht nur in einer. Also das eindimensionale Denken, das ist sicher ein Kennzeichen der Nicht-Profis ist, so zu sagen. Und das finde ich da immer noch zu oft. Und letztlich ist das auch ganz normal. Das ist Menschen, die ganz normale Menschen, wie du und ich, versuchen einfach, mit der kompetierten und vielschichtigen Realität fertig zu werden. Und man muss es auch ganz offen sagen, vieles bleibt auch einfach eine persönliche Einschätzung. Und das kann falsch sein. Auch sehr bekannte Leute können sich hier. Ein Journalist, den ich schätze zum Beispiel, das ist der Robert Fisk vom Independent, ein wirklich weltweit herumgekommener Mann, der sich vielfach, also zumeist in der islamischen Welt bewegt hat und in Beirut, der im Libanon lebt, hat also diese sogenannte grüne Revolution im Iran beschrieben. und hat einfach gezeigt, dass er sich gar nicht auskennt. Und er hat das sogar zugegeben. Aber er hat eben ganz klar ins amerikanische Horn gestoßen und als einiges an ihm vorbeigegangen. Und da ist mir aufgegangen, dass eben auch ein alter, erfahrener, ehrlicher, bemühter, hervorragender Journalist es tatsächlich schafft in einer bestimmten Situation, wenn Stress ist, dass Dinge sich schnell entwickeln, mal neben den Taten. Jetzt wundere ich mich natürlich, Ihre Beschreibung der Medien, die widerspricht ja nur diametral den Statuten des Deutschen Presserates. Da ist von Wahrheit, von Integrität, von investigativer Recherche die Rede und in Wirklichkeit entwickelt sich die Presse in eine völlig andere Richtung. Woher kommt das? Die Presse hat es eigentlich gar nicht nötig. Die könnten ja auch ordentliche Berichterstattung bringen, wird Ihnen doch keiner wehtun, oder? Doch, absolut. Wenn es dann so wehgetan werden, da würde ich ganz massiv widersprechen. Also ich weiß noch, als ich vom Mitteldeutschen Rundfunk wegging vor irgendeinem Wahlkampf, 97 war ich dann weg. Ich wollte einfach die nächste Bundestagswahl, so war es, nicht mehr dort erleben, weil mir ständig irgendwelche christdemokratische Handeln vor die Nase gesetzt wurden. mit starken Maßgaben ja nicht so kritisch nachzufragen. Also das war ein solches Affentheater, dazu hatte ich wirklich keine Lust mehr. Der Mitteldeutsche Rundfunk galt immer als Schwarzfunk. Ich weiß noch, zu meinem Anstellungsvertrag habe ich dem alten Fernsehdirektor, der mich da geholt hatte, der keinen besonders tollen journalistischen Ruf hatte, dem habe ich aller Freundschaft dem mochte mich gerne gesagt. Also ich würde ein Schonprogramm für die CDU nicht mitmachen. Und das hat er akzeptiert. Und er hat mich auch tatsächlich oft verteidigt gegen meinen Chefleiter der WNB-Zeitung kam und ein strammer CDU-Mann ist immer noch. Und hat dann gesagt, einen Querdenker muss ich das Haus leisten können. Der Querdenker hatte große Schwein, weil er die besten Einschaltquoten unter seinen Kollegen hatte. Nachrichten Moderator im dritten Programm. Und hätte das nicht gemacht, hätte man mir das Fell schnell über die Ohren gezogen. Und so hatte ich das Gefühl, das war eine Millimeter Arbeit, bis ich keine Lust mehr habe. Es gibt ganz klar Kräfteverhältnisse und man macht eben keine Karriere, wenn man seinen Job wirklich ernst nimmt. Und das ist für viele ein Anreiz, so wie es eben auch für viele Bundeswehr Soldaten einen Anreiz für 100 Euro mehr im Monat sich nach Afghanistan versetzt zu lassen. Das ist menschlich, damit muss man leider umgehen, das gibt es bei Medien, die auch woanders, als dass das ein kräftesreier Raum wäre, dass man die Wahl hätte. Das ist nicht die Frage. Ein wichtiger Punkt kommt zu. Wir haben einen ungeheurigen Kostendruck, jetzt gerade wieder, zum Beispiel die deutsche Zeitung streichen. Wir haben einen ungeheuren Kostendruck auf allen Medien und dieses Spiel nicht sehr aus sehr großer Entfernung betrachtet, der könnte darauf reinfallen, ob das, was da passiert, das ist Absicht. Kein Journalist hat heute mehr Zeit, es sei denn in Ausnahmefällen tief zu recherchieren. Die Chefredakteure sind wahrscheinlich der verlobste Beruf der Republik neben dem Minister selbstverständlich. Das muss man ja auch klar sagen, das ist ein Stück politischer Fälle, aber ich bin dankbar, dass ich die sammeln durfte. Jeder deutsche Bundesminister weiß, dass der 11. Dezember 2001 eine fette Gewalt ist, wie wir gegenüber der ganzen Welt sind, weil sein Haus vertreten ist, im Bundeskanzleramt einmal pro Woche an der Lage, Berichterstattung der Geheimdienste. Unser Mensch, Herr Hösler weiß nicht genau, was unsere amerikanischen Freunde spielt, auch in Diebien heute, wo wir eine Art Volksaufstand erfunden haben, also letztlich eine Geheimdienst- Kooperation ersten Rang ist, wir mit Lügen und selbst die Hucke voll mit Medien, die unter politischem Druck stehen, die unter wirtschaftlichem Druck stehen und die dazu da sind, unsere politischen Zählen gegenüber der Bevölkerung zu rechtfertigen, ist der Rumpfer. Es ist ja interessant, dass immerhin zum Beispiel in der Süddeutschen Zeitung schon angekommen ist, die Tatsache, das Griechenland-Hilfe ja keine Griechenland-Hilfe ist, sondern Bankenhilfe, eine so banale Einsicht, trotzdem geht das noch nicht durch alle Großmedien durch. Das ist einfach nur um zu klären, wie weit weg die auch von den Tatsachen und bewegen in solchen Medien. Also dass die Redaktionen unter Druck stehen, das beweist ja zum Beispiel die Causa Bränder. Das ist so die Frage, könnten die Medien denn nicht den Schulterschluss wagen? Wie beispielsweise in Tschernobyl damals hatte die gesamte Schweizer Presse in den Maulkorb erlasst bekommen von der Schweizer Regierung und hat sich dann ganz bewusst zusammengeschlossen und alle aber wirklich ausnahmslos alle Schweizer Medien haben darüber berichtet und die Folge war, dass so mancher Bundesrat sich entschuldigen musste. Der Presse ist hingegen nichts passiert. Extrapolieren wir das nochmal auf unsere Situation. Da entgeht ein Süddeutschen ein wichtiger Werbeauftrag weil sie einen Berichterstattung eine Meldung bringt über diese Firma die negativ ist. Gut, was soll's dann kann man die Firma auf die schwarze Liste setzen und wird die bundesweit nie wieder irgendwo Wärmung schalten. Oder nehmen wir einen Politiker wie zum Beispiel Koch und Brenner oder Zawicki wenn keiner über den redet wenn niemand über die berichtet das darf die Presse ja selber entscheiden über wen sie berichtet dann sinken die auch in der Bedeutungslosigkeit das heißt die Politik als auch die Wirtschaft die sind ja angewiesen auf die Presse und da hat auch die Presse auch eine gewisse Gewalt eine gewisse Macht die sie ausspielen könnte es es wenn gelänge wenn es gelänge es gelänge dass alle auf einmal sich gleichgerichtet bewegen da könnten wir die Welt in ein Paradies verwandeln aber das Problem ist dass in der Praxis das Ganze etwas anders aussieht denn es ist eben auch nicht so leicht es geht ja nicht darum dass eine Firma etwas Bestimmtes tut auch die stimmen sich ab ich erinnere nur ganz vorsichtig an Peterberg oder so wichtige Unternehmen sind sehr gut eingesteckt überall in allen Regierungen weltweit die großen globalen Konzerne ohnehin und wir haben eine Führung die sehr genau wie soll man sagen richtigen auch politischen Bewegungen anordnet das ist gar keine Frage und unter diesen Umständen zählt also ein wichtiges Platz das sich plötzlich entscheidet in großen strategischen Fragen einfach nicht umzukehren also einfach zu sagen die Amis haben den letzten September 2001 welt gemacht oder Hammerindustrie ist eine Mafia oder die Uranmunition Anwendung oder das Bankensystem gehört grundlegend reformiert weil doch nur da blaue Anwärge sind und das Ruder in der Astral und so blauen sind grundsätzlich manipuliert ich kann keinem Privatkolleraten da auch nur einen halben Cent zu bewegen also das sind so Dinge da muss man eben klar sagen wer so etwas derart fundamental angeht der hat sich außerhalb des Systems gestellt und das führt ganz schnell zu einem nicht einfachen sondern reihenweisen runterlassen der shuttle sie das heißt sie würden als Büro oder süddeutsche Zeitung das mal so durch zu deklinieren da würde keiner mehr irgendein wichtiges hinter das Gespräch eingelangen und danach sind sie innerhalb von wenigen Tagen aus dem Geschäft wie man so schön sagt und das kann sich ein so großes Blatt gar nicht leisten und ich würde auch eine süddeutsche Zeitung die ich ja wie gesagt auf dem Kalender lese da hätte ich ein Problem weiterzulesen an der Stelle tatsächlich weil den Kalender muss ihn ja machen also wenn sich umdrehen wollte das wäre ja eine Totalreform das würde ja auch bedeuten dass man über die Hälfte der Mannschaft auswechseln muss einfach auch deshalb weil ja jemand der bis jetzt über Jahrzehnte gelogen hat das sind auch Leute zwischen 40 und Mitte 50 die da haben die bestehen ist an Karriereflügerei die müssten dann an dieser Stelle gegen ihre ganze bisherige Lebensgewohnheit arbeiten das halte ich für Theorie das wird so nicht gehen tief marode und ist nicht leicht reformierbar das ist natürlich nicht unmöglich das ist keine Frage aber das wird sehr schwierig so wie es immer sehr schwierig ist das hat schon bei der aktuellen Kamera nicht geklappt ja genau das kann man ganz gut vergleichen da haben wir es gesehen ja gut dann kommen wir jetzt mal von den Leitmedien hin zum Web 2.0 wie beurteilen Sie denn die Qualität von politischen Blogs im Allgemeinen oder im Vergleich auch zur Profi Presse Nun ist sagen wir mal die Szene der politischen Blogs ungeheuer riesig ich kenne gar nicht so viel davon und ich bin also immer wieder über zwei Dinge erstaunt nämlich einerseits wie gut manche Dinge geschrieben sind und andererseits auch wie schlecht also das ist schon ein sehr heterogenes Bild deswegen würde ich noch mal kurz herklingen lassen was ich eingangs gesagt habe ich habe nur Vertrauen in diejenigen die ihre Quellen offenlegen und auch nur dann vertrauen wenn diese Quellen gut sind und wenn sie Sinn machen also da fehlt es eben sehr viel in dieser freien Szene auch an Handwerkszeug und an Übersicht und sowas da fehlen auch Fremdsprachen Kenntnisse ganz schnell wird das Thema in der Bildung es ist ja klar jemand der studiert hat und der mehrere Fremdsprachen spricht und deswegen auch ausländisches Material in originale Sprachen zu Rate ziehen kann der hat natürlich wie soll man sagen oder hat sehr häufig bestimmte Ansprüche an das was er verdient das kann er nur in verlogenen Medien tun und also ist er dann für eine solche Szene gestorben die Ausnahmen allerdings retten uns das Leben die Menschen die also jeden Tag auf Geld und Verdienst verzichten und die trotz vieler Investitionen in ihre eigene Bildung ehrlich arbeiten und unabhängig arbeiten und hart recherchieren das sind eben die Highlights die es gibt und es gibt sie wie gesagt bei Hintergrund B und es gibt sie woanders auch das ist sehr verdienstvoll was bei Hintergrund passiert was in der neuen Rheinischen Zeitung passiert sehr sehr verdienstvoll weil damit deutlich viel weniger Geld gearbeitet wird Gründer von Hintergrund des jahren Millionen Erbe ich würde nicht sagen das kann ja jeder vielleicht trotzdem noch eine große Leistung aber wenn sagen wir mal die banale Notwendigkeit des täglichen Geldverdienstes gar nicht da ist tut man es natürlich deutlich leichter so etwas zu unternehmen das sind sicher Highlights an die kann man nicht halten man kann sich sehr gut an Global Research von Joss Adovsky halten es gibt Infowars dot com Alex Jones das sind Dinge mit Abstrichen schon ist aber immer noch ganz interessant zu sehen ist Democracy Now in den USA da gibt es eine und es gibt noch ein paar gute die ich zum Beispiel gar nicht kenne oder jetzt auch die konnte nicht erinnere also man kann im Internet 2.0 ganz gut überleben aber da gibt es eben auch ein Punkt 2.0 das heißt auch Twitter das heißt auch Facebook ich bin in beiden nicht und werde auch nicht reingehen und einen Grund dafür will ich gerne anfügen alle diese Netzwerke sobald sie amerikanische Kunden haben müssen sich verpflichten in den USA Kunden einwerben müssen sich verpflichten FBI und CIA ihre Daten zur Verfügung zu stellen und eins was ich garanziert nicht mache ist also in solche Netzwerke auch nur den Vornamen eines meiner Kinder einzugehen und deswegen bin ich da nicht Mitglied ich halte das für eine Augenwischerei wenn man meint das sei etwas gut ist das ist nicht dafür gemacht gut zu sein das ist dafür gemacht um zu überwachen ich verstehe sie völlig ich habe allerdings einen Twitter Account weil ich dort sehr gute Links zu aktuellen Ereignissen bekomme aber den habe ich auf einen Dummy angemeldet also da habe ich falsche Namen und falsche Kontaktdaten und falsche Personendaten angegeben dann geht das noch ja so sollte man das machen man soll diese Dinge so nutzen dass man gleichzeitig die Betreiber solcher Dinge hinter das Licht führt das eine wunderbare Akteur ist gut dass wir das hier besprochen haben wenn die mich schon an der Nase herum führen warum soll ich es nicht gleich tun gut gut mit gleich und mit Zwei Fall das ist angemessen noch mal zur Qualität im Web 2.0 unter den Blogger im Grunde ist es ja ein Armutszeugnis da studiert jemand Journalismus oder Publizistik oder am besten noch Geschichte und besucht die Henry Nanne Schule und digitiert dann als Ghostwriter dahin umgekehrt haben wir Blogger die eigentlich nie journalistisch nie eine journalistische Ausbildung hatten und die sich trotzdem sehr sehr engagiert da reinknien um möglichst gute Texte zu schreiben halten sie das so wie es ist für ausreichend oder meinen sie es würde Sinn machen wenn man sich mal ein bisschen zum Thema Recherche und Qualitätsmanagement im Journalismus kundig macht im Netz da gibt es auch genügend Foren und auch der DJV oder der Deutsche Fachjournalist Verband die bieten ja ganz viele Tools an wo man sich informieren kann Ja ich glaube was Sie sagen das betrifft mir jetzt auch ein bisschen ihre eigene Motivation der Hartlitch und ich habe das gern gelesen was sie mir geschrieben haben das ist ja der entscheidende Punkt wenn jetzt also der kritische und ehrlich arbeitende Teil unserer Journalisten der eben auch privat durch Eigenleistung macht und sonst wie sich umtut und leistet er mit anderen ein wenn dieser Dienst politisch erstarken soll dann ist es ganz wichtig dass man bestimmte Maßregeln einfach einhält ich selber sagen wir mal berichte nicht also wenn ich etwas aufschreibe dann tue ich das meistens aus einem Gefühl heraus dass man hier bestimmte Dinge einfach mal beleuchten muss aus einer bestimmten Ecke aus der selten geleuchtet wird ein juster punkt war zum beispiel die reise des künftigen grünen chefs jem west dem nach washington das fand ich so interessant dass hier sich der fall joshka fischer wiederholt und wir die verarschungsrunde 2 bei den grünen erlebt und neuerlich jemand auftritt der jeden in washington gewünschten Krieg mitmachen möchte das ist einfach gut sich das mal anzugucken habe ich mir gedacht dann schreibe ich etwas und andere schreiben aus anderen gründen aber sehr viel empörung spielt eine rolle und natürlich wenn man daraus politische kraft bilden will muss man sich um standard kümmern das ist klar also habe ich in meinem eigenen blocken standard dass ich wichtige dokumente die aus dem internet auch wieder verschwinden könnten weil sie nicht überall so detailliert sind und interessant vorgefunden werden das ist einfach auch selbst zu speichern bei mir und nicht nur als link hinein zu stellen sondern auch als pdf pdf ist eine wunderbare erfindung das kann man also gut nutzen dabei und das ist gut wenn man das beides macht nicht nur ein link oder ein pdf damit man auch andere so ein wichtiges dokument gut speichern können ich gebe Ihnen ein beispiel für so ein dokument die financial tax deutschland hat vor einigen jahren glaube ich ein oder zwei jahren ich habe einen langen beitrag darüber geschrieben wie der jetzige mögliche neue kanzlerkandidat der spd per steinbrück bereits im jahr 2000 anfing sich um bankenrettung zu bekümmern nicht weil ein fällen davon ist sondern weil es notwendig war deswegen ist eben die ganze deswegen ist eben die ganze die taktierte debatte wie plötzlich nun der crash 2008 kam die ist tief verlogen und das kann man daran sehen und dass ein solcher Mann es tatsächlich wagt als kanzlerkandidat aufzutreten obwohl er die ganze sache extrem versaut hat gemeinsam mit gertrille das ist schon für mich also nur noch so schwer träglich ja das ist ein Mann den sehe ich gerne im knast und auf diese Art und Weise kommen wir wirklich weit weg von dem was die Menschen brauchen in Deutschland oder Europa in der Welt und das kann man eben nur hinkriegen wenn man solche schönen Hintergrundbeiträge hat vor die ganzen Stufen und um welche Banken es ging und welche Tagungen und Treffen er gehabt hat eine sehr sehr verdienstvolle Arbeit der financial tax deutschland immer wieder mit gutem Journalismus zwischendurch überrascht ich mache natürlich auch viel allgemein Kram aber immer wieder mal gibt interessante Seiten über klicken also ich lebe in dieser Welt eben auch sehr viel mit grauem Schatten ja das ist nun mal so die Realität ist nie oder nur derzelten weiß oder schwarz was sonst das meiste findet in den Schattierungen dazwischen statt dann kommen wir doch gleich zur letzten Frage oder eher zum letzten Thema Verschwörungstheorien und Panikmache wie soll man mit all diesen Untergangsszenarien denn nun umgehen Gerald Salenti der sagt für dieses Jahr bereits Kriege hier auch in Europa voraus Karl Friedrich von Weizsäcker hat schon vor über 10 Jahren vor der Dezimierung der Weltmenschheit gewarnt wussten sie übrigens dass die Amerikaner mit Hart Fukushima in Brand gesetzt haben also es gibt unmögliche Gerüchte der hanebüchste Blödsinn und im Grunde genommen verlieren die Leute dadurch ein bisschen ihre Kontenanz ihre Richtung auch ihre innere Stabilität wie gehen sie denn als Profi-Journalist mit solchen Nachrichten um zum einen glaube ich nicht an Untergangsszenarien also ich habe mich in meinem Leben zum Glück viel mit Geschichte beschäftigen dürfen und Untergangsszenarien sind so als die Menschheit selbst die Menschheit je zivilisierter sie wurde desto gewaltiger wurden ihre Untergangsszenarien Wer sich am Geschäft befassen möchte damit der soll sich gerade auch wenn es um Daten geht oder Jahr 2012 und so der soll sich einmal damit befassen was im Jahr 999 also vor etwas über 1000 Jahren in Europa los war in welcher Panik die Menschen waren was passiert nicht beim 2k wenn man also 2000 sondern bei 1k ja das ist das ist einfach gut damit man denkt oha das stimmt das hat es zu allen Zeiten gegeben lassen wir uns einfach nicht verrückt machen lassen ist immer gut auch im Grunde genommen der Panik hat uns bestimmt einige Menschen gerettet dass sie nicht äh gepanikt haben ja das ist nun äh nun mal so man kann den Panik verrecken man kann es auch ohne Panik tun und ich neige dazu das ist das eigenart von mir fühle ich mich noch nicht rüben aber je schlimmer es wird desto ruhiger werde ich also das war schon mal wie Toto im Prinzip geht es darum dass man sagt nein wenn jemand sagt äh die Welt geht unter ja das glaube ich schon mal im Prinzip nicht mhm so sollte man glaube ich daran gehen sondern man soll sich fragen was gefährdet uns denn wirklich oder Thema Thema Harp und Fukushima wissen wir genügend überhaupt wissen wir genügend darüber wie das denn eigentlich wirkt nein wissen wir überhaupt nicht wir sind auf viele viele Mutmaßungen angewiesen und wenn wir auf Mutmaßungen angewiesen sind dann sollten wir doch einfach auch in Ruhe äh bleiben und sagen okay bevor nicht glaubwürdige Leute wie viele es dazu beigetragen haben dass man das besser versteht nun dafür glaube ich gar nichts davon also ich behalte das das bei mir so eine eigene Art und mache ich das persönlich vielleicht ist das falsch aber ich bin damit ganz gut gefahren ich stecke das in meinen Hinterkopf sozusagen ich merke mir das ich schmeiße das deutlich weg ich habe auch äh das hier ist überhaupt natürlich aus dem Internet gesammelt wie viele andere auch ähm aber was ich davon glaube das das halte ich mir einfach vor ist Dinge kommen die mich wirklich äh sehr stark überzeugen und da fehlt mir einfach zu viel es hat allein Mutmaßungen gegeben ob diese seltenen Masten die man da neben diesen Reaktorblöcken wie zum Fukushima ob das Antennen sei nein auf keinen Fall Antennen äh aber was das genau ist weiß ich auch nicht zweifellos wird es technisch ergeben der einem das erklären kann was das ist aber so entstehen Gerüchte und davon muss man sich davon muss man sich einfach hin nun ist aber das Gegenteil eines Gerüchtes äh wissen äh wissen und genau das wird uns ja wiederum vorenthalten weil ja auch die ganzen Experten äh in den Öffentlich-Rechtlichen nur das sagen was man ihnen vorschreibt also wenn ein Physiker jetzt mir ganz klipp und klar vorrechnet dass es unmöglich ist mit 3,6 Megawatt äh ein Erdbeben zu verursachen das sind mal etwa 1500 Staubsauger ist das nicht reicht um eine Kontinentalplatte zu durchzurütteln das leuchtet ja ein aber wenn der das nun im Fernsehen sagt dann kann man ja äh irgendwann zu dem Schluss kommen ich muss immer reziprok an die Sache rangehen wenn er sagt das stimmt nicht dann stimmt das wenn er sagt es stimmt dann stimmt das nicht so werden die Leute ja immer verrückter und verrückter wie kommt man denn aus diesem Teufelskreis raus ja das ist natürlich vollkommen korrekt wir haben wir haben eben den Fall dass die ganze Welt am nächsten wird immer 2001 zu berettet jetzt heute so ist und so oft sagen aber das ist eben so schlagend als Beispiel einmal durchgerüttelt wird und das ganze die ganze Geschichte ist einfach krass gelogen und hat sich äh ganz anders in der Hand gespielt wurde ganz anders organisiert und genau so gar nicht ähm wie das die Regierung wurscht beschrieben hat das ist schlicht nicht möglich man kann nicht nur auf Gas dann heraus sowas nicht machen diese diese Dinge ähm die führen natürlich dazu dass die Leute sagen wow wenn ich schon einmal so eine krasse Lüge erlebt habe dann wird wahrscheinlich auch alles andere genauso krass gelogen sein dann glaubt man überhaupt nichts mehr ja das ist natürlich eine verständliche Reaktion äh das ist keine Frage ähm nur sagen wir mal hält sich eben das Wissen überhaupt äh stark in Grenzen äh nur ein kleiner Kreis weiß äh über diese äh wissenschaftlichen Dinge äh und wir müssen eben damit leben dass wir viele Dinge tatsächlich nicht endgültig rauskriegen wir wissen dass äh nötter Beeinflussungs äh äh Methoden äh militärische Anwendung finden das wissen wir äh wir wissen äh wir wissen aber nicht ganz genau was da im Einzelnen und wie passiert und wir können eben gerade die öffentlichen Äußerungen nicht trauen das ist richtig also müssen wir uns in einer Welt einrichten in der es letztendlich in die Zeit mit vielen Punkten die uns vielleicht brennend am Herzen liegen äh äh nicht geben kann äh äh nicht geben kann so schnell dass wir vielleicht 10 Jahre oder 20 Jahre warten müssen darauf und damit äh muss man klarkommen aber bitte natürlich ohne sich verrückt zu machen es ist also niemandem das hat damit gedient dass man schlechter Stimmung wird oder seinen Lebensmut verliert oder sowas ähnliches oder auch Lebensfreude verliert also deswegen wenn man jetzt kritisch ist und man hat bestimmte Lügereien nicht mit das wichtigste ist dass man aus einer Freude am Leben mit Kraft zum Leben hin ja seinen äh Weg einfach geht und sagt gut ich hab hier verschiedene widerstreitende Aussagen ich glaube grundsätzlich nicht mehr was die Bundesregierung sagt das sage ich jetzt auch äh selbst ich glaube das nicht was die Bundesregierung sagt grundsätzlich glaube ich zunächst mal dass sie aus irgendeinem Grunde lügt ja also wenn Frau Merkel dann zweit ist viel dann will ich nachrechnen ja das ist äh das ist äh das ist sicher eine Erfahrung die man mit denen gemacht hat das bedeutet aber eben nicht dass nun wirklich äh alles immer ganz falsch sein muss es kann auch sein dass einfach Schattierungen richtig sind und man muss dann eine Furcht ein einzeln gehende Arbeit machen und deswegen ist es gut wenn man sich auch als Blogger zum Beispiel spezialisiert ich nenne ein Beispiel mich ruft ein alter Freund an der sehr viel mit dem OCR Design System arbeitet und der sagt mir das Geburtszertifikat von Obama das man von der Website des Weißen Hauses runterladen kann ist eine ganz plumpe schlechte Miete Fälschung die ist so grotesk schlecht diese Fälschung dass ich mich gerade zu wundere wie jemand auf den Gedanken kommt er könnte das auf die Website des Weißen Hauses heben er kommt damit nicht klar also sagt er sich okay ich weiß nur eins dies ist eine Fälschung ob Obama selbst eine Fälschung ist oder ob er ja kein Amerikaner ist und deswegen auch nicht im Weißen Hauses sitzen dürfte das kann ich aufgrund dieser plumpen Fälschung gar nicht beurteilen aber ich kann das Dokument beurteilen und das ist eine Fälschung das heißt diese ganz religiöse Herangehensweise an etwas das gilt diesen einen Punkt kenne ich von dem aus bewege ich mich und dazu schreibe ich was aber ich mache mir nicht an weil ich einen bestimmten Punkt genau kenne zu sagen na jetzt kenne ich alles oder jetzt verlasse ich auch den sicheren Boden und spekuliere ich beziehungsweise das macht überhaupt keinen Sinn ja wie richten sie denn ihren ethischen moralischen Kompass persönlich aus? ja bei mir ist es so dass ich dass ich Christ bin ich weiß es gibt im Internet zwischen Leute die sagen Religion ist ja Mist und was kann man alles vergessen und die Probierung für das Volk und sowas das ist auch eine Ansicht die kann ich verstehen äh äh ethisch moralisch moralisch äh insofern äh ethisch moralisch moralisch ist äh insofern es sind ja nur zwei Wortstämme das eine kommt aus dem Griechischen das andere aus dem Teil wesentlich ist für mich letztlich das Wohlergehen des in die Natur eingebetteten Menschen nicht einmal mehr der Mensch allein äh denn der Mensch allein ist für die Natur Wir sind dabei, unseren Planeten zu vergiften und wir sind kein Gottesgeschenk für den Rest der Kreatur auf unserem blauen Planeten. Insofern also auf die Art und Weise der Natur ein gebetteter Mensch, das muss es sein. Also für mich, ich frage mich, nützt etwas der Kreatur oder nicht und von da aus erkläre ich Dinge. Es ist auch wichtig für mich jedenfalls, dass man Verhältnisse und Menschen versteht aus einer positiven Herangehensweise, nicht aus einem Verdammten. Es ist also wichtig, sauber zu trennen. Ich bin zum Beispiel nicht dafür zu haben, dass man mich antiamerikanisch nennt. Denn ich habe etwas gegen die korrupte amerikanische Machtelite und ich bin begeistert, wenn ich Amerikaner treffe, ein außerordentlich nettes Volk. Aber das sind so Dinge, die man sich antun soll, dass man gerecht bleibt. Ganz einfach. Und auch zurückhaltend im Urteil. Schnell kann man jemanden falsch beurteilen, negativ beurteilen und schwierig ist es zurückzurufen. Also auch hier ist ein bisschen Ruhe und Vorsicht und Höflichkeit angebracht. Im Internet wird unglaublich geschipft. Sonst sehe ich manchmal so zwei Minuten aus Spaß, was irgendwer schreibt zu den Interviews, die beim Russisch stören in Russia Today gibt. Das ist Haarebüchen. Weil ich Deutscher bin, ein Nazi genannt wäre. Das machen aber nicht, weil sie böse sind oder auch, weil sie sich besonders intensiv mit der Nazi-Zeit beschäftigt hätten. Sondern für die ist einfach ein Deutscher, der etwas sagt, was man als möglicherweise konservativer Amerikaner nicht besonders schätzt. Das sind so Verhältnisse. Also wenn man etwas netter miteinander umgehe, sozusagen im Internet, dann wäre das gut. Dann wäre das schnelles Ding, ich werde schrieben, schnell ein Kommentar zu irgendwas verfasst. Und da steht dann das Schwarz auf Weiß. Und eigentlich, wenn man mal bei Ruhe und bei Lichten sehen, fünf Jahre später das liest, denkt man, oh, ha, war es jetzt möglich, dass ich den Mast auf dem Putz gehauen habe. Also, dass ich so eine kleine Maske habe. Habe ich denn noch irgendwas vergessen? Gibt es etwas, was Sie gerne noch sagen würden? Ich glaube, es ist wichtig, dass man, dass wir für die Krise, die kommen werden, sich umsieht, mit welchen Menschen gemeinsam man da durchsteuern möchte. Menschen sage ich nicht Internetkontakte, nicht Facebook-Freunde, sondern echte Freunde, die sich im eigenen Leben als Personen, als Menschen bewährt haben. Das ist gut. Ich lebe in einer Wohnungsbaugenossenschaft hier. Ich engagiere mich sehr, dass diese Wohnungsbaugenossenschaft glüht und gedeiht. Das ist etwas, was mich inzwischen sehr stark interessiert. Etwas auch nicht nur in Richtung Afghanistan oder Eurozone oder mein Steckenpferd, neuen europäischen Globalstrafik-Kriegel oder sowas zu machen, sondern tatsächlich hier in meinem direkten Umfeld sehr schön. Wie soll ich sagen? Wir beflügeln auch, dass es etwas Gutes ist. Das sollten wir, da können wir uns ein bisschen einfach zurechtlegen, als auch eine sichere Bank. Wer in seinem Umfeld positiv wird und hat da eine echte und gestandene jahrelange Freundschaft. Jahrelange Freundschaft ist etwas Wunderbares, kann man nur jedem dazu raten, intensiv mit jahrelangen Beziehungen, die er hat, herumzugehen. So wie der kleine Prinz es gesagt hat. Man hat für nichts Verantwortung, außer für das, was man sich vertraut gemacht hat. Ein wunderbarer Ausspruch von Zirn-Texperi. Das sind Dinge, die halten tatsächlich und die schützen vor Panik und schnellen Reaktionen, noch vor einem Gefühl des Verlorenseins, das man haben könnte, wenn man merkt, dass mächtige Menschen mit großer Verantwortung diese Verantwortung leider vielfach missbrauchen. Ich denke, das war ein wunderbares Schlusswort. Herr Hörstel, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses Interview. Danke für die Gelegenheit dazu. Ich hoffe, es hat ein bisschen weiter geholfen.